So Dave, erzähl mir mal was ist denn das? Das ist ein neiges Spielzeug, das mir mein Papa, so der Ispa mitgebracht hat. Er nennt sich Dual Snowboards. Zwei ganz kleine Snowboards. Cool. Und nachdem ich wahrscheinlich der erste und einzige Dual Snowboard-Fahrer in Europa bin, bin ich auch der Beste. Das ist ja schlecht. Du, das ist schon gefährlich da. Zwei einzelne Sachen, da haut es sich leicht auf die Eier auf der Rail. Das ist meine große Angst, deswegen lass die Rail einmal vorerst weg, hätte ich gesagt. Und wir fangen mit dem Babylift an. Und wir fangen mit dem Babylift an. Ist das nicht geil aus? Er schaut aus, als wäre es was zum Kochen oder so. Ich weiß nicht, wie da noch raus ist. Das ist jetzt hier witzig, weiß nicht. Ja. 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 Ja, rutschen, geschmeidiges Rutschen, ja. Switch, siehst du das? Auf und gehen! Jawohl! Ja, das ist das zweite Steigeressen, Harry! Robin! Jetzt machen wir den Bogen! Oh mein Gott! Die Hunde knickt einfach! Jawohl! Jetzt wollen wir den Bogen sehen, oder? Ja, das ist die Geräte. Das ist okay. Ah ja, ich danke für dich. Oh, wie mein Werkstatt? Vielleicht auch schon. Wille man den Aufschlung noch? Okay, dann? Okay, ready! Okay, ready! Hey! Hey! Na! Ich nehm mal es noch was! Jetzt bin ich! Einfach mal ein Knopper! Tada! Aufschlung! Du, du bist herzlich willkommen! Hahahaha!